Am Visasame ist 14? Ja Weil du levelst aber dann nur das eine Ja eben Jetzt geh ich erstmal ein bisschen Das macht mir kein Spaß Ich will ja noch Bei Napras ist ja schon 11,25 Ja weißt du Ich musste mit dem Visasame jetzt halt den ganzen Kampf machen So Ich würde sagen Wir probieren es einfach mal Wir können ja nicht viel Verlieren Wollte auf jeden Fall gehen mit deinem Team Wir können ja danach noch weiter leveln Bei den ganzen Trainern Auf jeden Fall Mache ich aber den einen unten noch Den ja Den will ich dann noch machen Ich gebe dir den Tipp Geh lieber Da trainieren wo du nachher durchlaufen müsstest Ich sehe nicht Ich mache jetzt den noch Weil da sind die Mobs level 9 also die Gegner Mops Hier der ist auch level 9 Achso du greifst grad den an ok Ach jo Vergiss mich wieder schön Mach du gut Mach du gut Ich bin so stolz Ich bin so stolz Ich bin so stolz abgeben oder na ja so haben wir jetzt angehen jetzt wieder hoch wir versuchen es jetzt ganz hauptsache hier ist einer mit dem simsala jawoll so ich mach mein glumann da aber hoch den hier wollen wir auch noch vorher haben ach du scheiße level 10 ja das bringt sicher viel ratzer auch also mache ich lieber ding mein labrass ist ein richtiger uhrensohn muss glaube ich das wird ist aber nicht deine hau ist grad wieder weg ey man kann ja da den chat einstellen knobeln deutsch klären ja so haben wir level 10 erreicht und sensu warum nennt der sandsturm auch doch nicht so hieß das wie so boah wieviel xp so level 11 jetzt gehen wir nochmal raus und dann gehts los ich werde das jetzt auch nur einzeln hochladen dann die parts immer nur ein arena leiter würde ich sagen bis zum nächsten mal früher mal später je nachdem die wir level müssen ja ja und da ist jetzt der rock oder verzottel der drecksack der im brock heißt wie kotzbrocken kotzbrock kotzbrock und jetzt wollen wir gegen kotzbrock mal gewinnen so kotzbrock kotzbrock wach mut like the battle ja so so jetzt machen wir wieder ember was anderes können wir ja nicht alles jetzt gegen so tappschädel möchte gern steine ach du scheiße zieht ja neun ab doch ich glaub ich lass mich schon lang auf dem rücken wieso du bist nicht gott trotzdem doch deine mutter war gut ach siehst du ja du nicht meine mutter äh und gott hat Schändung erschaffen ne du bist jesus also ja ne ne er ist einfach nur ein Hurensohn stimmt also ist gott ne Hure du ja ja du denk mal deine mutter du denk mal deine mutter deswegen glaub ich auch nicht an ihn das ding hat er sich grad selbst gedisst wer du ne 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 ich hab nur nachgefragt weil äh du hast gesagt gott ist meine mutter und er hat gesagt deine mutter äh ich bin ein Hurensohn wer der heißen dass gott eine Hure ist ja ja gut kombiniert watson ey das Lapras greift nie an ne genial endlich bist du tot scheiß Vieh jawoll es brennt brenn in der Stein manchmal ist äh ist pokémon so genial brenne ja wenn ich so einmal brenne muss macht der tegel mich noch zu kille der Arsch dass keiner die XP kriegt Arschloch aber egal wir haben gewonnen und das mit nur einem Pokémon und das war zwei Level unten drunter bei mir war es auch Level 9 bei mir war es auch Level 9 ok du bist ja auch ein ding Labernet du hast ja auch einen Labras ne nein der hat auch wieder zusammen ich weiß Hallo Teddy Waza Teddy Waza Braucht Convini Poo Manky hat immer noch keinen Namen Nenn Seeki Seeki Ja Alla gut Wenn alle meine Pokémon so Traut Tämlich einfallsreich Ja Ja ich muss immer lange überlegen Das glaub ich dir jetzt aufs Wort Ja warte mal Wir nehmen erst noch mal was mit Und zwar Wir hätten gern Wir hätten gern Nehmen wir noch Fünf Bälle mit Und dann auch Mit dem noch Zwei Tränke Ich bin kein Taubesie Eins davon Und Ach schade hat ne gereicht Egal Jetzt sind wir vorbereitet Und wir wollen nicht mehr das leveln Jetzt kommt wieder Manky dran Doch Doch du Arsch So Irgendwie sind da keine Leute mehr da haben wir sie alle verscheucht Wir sind glaube ich wirklich hier VIP unterwegs Oh ich hab jetzt auch einen Manky Ach du scheiß Ach du scheiß Die Taubesie hat mich one-hitted Loll Seit wann ist ein Wind die Schwäche vom Ding Von immer Von was? Käfer? Ne von Kampf Boah Pikachu ist ja voll Steil gegangen Genau wie Psycho Nein Ach Gott Ich glaub da ist ein sechster Team voll Aber ich glaub das Labras tauscht sich wieder Wenn wir jetzt irgendeinen Lowey suchen Toll Wenn wir einfach ein Pokémon dafür Äh Reinschmeißt Dann geb ich ihm das Wenn's gut ist das Pokémon Am besten Anfangspokémon ne? Geht erst aber bei 25 Also bringt's mir genau nix Ach schade Haben die das jetzt mal mit der Zucht eingestellt? Und jetzt stirbt dann noch's Pikachu Oh geil Nidoran Weiblich sogar Oh Gott was können meine Pokémon eigentlich? Die wollen dass mein Klueman da levelt Naja egal Ich fang jetzt ein weibliches Nidoran Ne komm scheiß drauf Später kriegt man ein EP-Teiler Dann kann ich die auch noch leveln So So denk ich halt auch So ich hab jetzt 6 Pokémon Was brauchst du dafür? 50 Pokémon glaub ich 25 25 25 Ip 6 hab ich schon Wow Aber ich hab mir eh zum Ziel genommen Dass ich jedes Pokémon das ich neu sehe Direkt einfach mal fange Da rennt der Segi Da rennt der Segi Ja ich hab nicht so gehört Ja das haben wir jetzt gemerkt Ich kann nicht allen zuhören Aber uns Ich stecke den kleinen Stock in den Arsch Wird noch so weit Dass du so frisch bist So ich mach noch bis um 12 Uhr Dann reicht noch erstmal der Stream für heute Dann haben wir auch genug erstmal zum Hochladen Oh ja Dann machen wir dann weiter Machen wir mal mit Heitlau Ja Oh schöner kritischer Treffer Ja Indy der Segi wollt mit uns Warset spielen Oh stimmt Ach Aber das wird jetzt nichts mehr Weiß Nee jetzt nicht Ich wollte es nur mal gesagt haben Das können wir ja morgen machen Segu Richtig Ich glaube ohne Witz Ich mach mal ein Pikachu auf Level 100 Ohne es zu entwickeln Oha Hat der Tipp Ich kann Bisa Sam Total Er hat grad Pikachu gesagt Achso Nee Bisa Sam muss entwickelt werden Die sieht so geil aus Bisa Flo ist kacke Bisa Knösch geht Ich find Bisa Flo auch geil Ich find Bisa Knösch sieht am besten aus Bisa 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 Nur wo das gefeigt So Der nächste weg Mein Gott sind die dumm, die Kinder dort raus, die schreien doch rum wie die Affe Wie die Affe Ich will kein Habitat Ah komm, Gratis-EXP ist auch immer gut So So, ich glaub jetzt wird's Clutexo Ah, knapp Jetzt wird's Clutexo Ich glaub Stufe 16 So 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 wieder raus wir sagen dann sag mal tschüss ja ich verziehe mich jetzt direkt ganz aus mich hinlegen damit ich morgen hoffentlich wieder und wie es dann morgen da weiter bis dann